Neue Cupsaison, neues Derby, kommenden Donnerstag steigt in Graz das Duell zwischen den Erzrivalen GAK und Sturm. Gleich wie vorheriges Jahr findet die Partie im Rahmen des ÖFB-Cup-Achtelfinals statt. Beide Fanlager ließen sich wieder etwas Besonderes einfallen, darunter erwartet und ein Abschlusstraining und ein farbenprächtiger Korteo. Das komplette Rahmenprogramm der GAK-Anhänger wollen wir euch nicht vorenthalten, auf in die Derby-Woche! Das Cup-Los hat uns ein erneutes Duell mit den Zweitgeborenen der Stadt beschert. Für das Rote Graz gilt es zwei Termine ganz dick im Kalender anzustreichen, 1. Abschlusstraining 1.11.2023, 10 Uhr. Wir treffen uns zum Abschlusstraining am Mittwoch den 1.11.2023, Feiertag um 10 Uhr am Hauptfeld im Trainingszentrum, um die Mannschaft gemeinsam auf das Cup-Spiel einzustimmen. 2. Derby-Treffpunkt 2.11.2023, 17 Uhr Am Derby-Tag verwandeln wir die Liebenauer Hauptstraße in eine rote Fennmeile und treffen uns ab 17 Uhr im Bereich des ehemaligen Hooters. Die Straße wird komplett gesperrt. Wir werden uns dort mit kühlen Getränken, einem Märchstand und etwas Musik die Zeit bis zum Eintreffen unseres Mannschaftsbusses vertreiben, den wir gegen 18.30 Uhr gebührend empfangen werden. Erzählt es weiter, holt eure Schals- und Fischerhütte aus den Kästen und zeigen wir unseren Jungs, welch rote Wand da hinter ihnen stehen wird. Alle in Rot, alle zum Treffpunkt. Mit uns ist alles möglich. Auch die Gegenseite rief zu einem gemeinsamen Treffpunkt aus, von Gösting bis Messendorf weiß es jeder Junge. Von Bad Aussie bis Radkersburg ist es jedem Mädchen klar. Und selbst in Geidorf und Andritz ist es kein großes Geheimnis, Graz ist nur schwarz-weiß. Wer das nicht hören will, wird es am Donnerstag fühlen. Alle komplett in schwarz, von den Schuhen bis zum Kap. Treffpunkt 16 Uhr Groappen Auf die Schwozen Schreibt gerne in die Kommentare wem ihr die Daumen drückt und für mehr solcher Videos abonniert gerne den Kanal.